Heute backen wir Muffin. Als erstes kommen die Eier in einen Mixer. Und dann kommt der Soto hinzu. Gut durchmixen. Bis die Eier und der Zucker eine schaumige Masse ergeben. Als nächstes kommen die Zutaten in einen Mixer. Zutaten. Mehl. Gar nicht so einfach. Wie sehen wir, dass wir die Zutaten beruhig werden? Jetzt müssen die Zutaten sich wieder um zu sein. Einen 4. In der Zutaten. Da ist ein ganzes Glas. In der Zutaten. Wenn die Zutaten wird, sind wir in der Zutaten zu kommen. In der Zutaten. Wir werden in der Zutaten. Und wir werden in der Zutaten gelesen. Wir sind da völlig hochgefährd. Ich kann das. Ich bin so groß. Badpulver. 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 Da hat die Mandeln. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Einen Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal. Jetzt kommt der fertige Teig in eine Backform. Ab in den Ofen. Der Teig wird bei 180 Grad 20 Minuten gebacken. Bis zum nächsten Mal. Und zum Schluss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und die Zutaten sind? Mehl. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.